Musik Guten Abend und herzlich willkommen mitten in Stuttgart. Das Pflegezentrum Paulinenpark ist ein lebendiger Ort voller Begegnungen. Und so haben unsere Hausbewohner viele Möglichkeiten, soziale Kontakte zu knüpfen. Ob Zweibeiner oder Vierbeiner, bei uns sind alle herzlich willkommen. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern viel Glück, die ein Megalos haben. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 00, 1000 Euro fallen auf die 2802, 10.000 Euro auf die 28373, 100.000 Euro auf die 692 668 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 86 83 986. Ein Los der Fernsehlotterie ist auch eine schöne Osterüberraschung. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern.